Einen Flowschen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video gibt es ein Best-of der ganzen Twitch-Clips, die bei mir auf dem Kanal erstellt wurden. Ich bin gerade aktuell noch in der Berufsschule die ganze Woche, deswegen kann ich nicht solche aufwändigen Videos machen. Deswegen gibt es jetzt hier ein kleines Best-of und damit wünsche ich euch eben viel Spaß. Einfach ne. Einfach nein. Nein zu Mobbing. Eigentlich kann ich mir schon playen. Hey, hey, hey. Space Maxi. To the sky. Come on. Feuer Salamant. Mach Beine auseinander. Mach Beine zu. Und das ist total. Ech, yeah. Diese Plank von der Tischtennis bei Nitti. Das ist ja schrecklich. Taxi to the sky. Come on. Feuer Salamant. Mach Beine auseinander. Mach Beine wieder zu. Und raus bist du. Was machen denn? Die sind die dauernd nur am Kacken. Was machen die denn da während? TikTok auf dem Klo. Und schon ist der Tag rum. Ja, jetzt siehst du. Hier, Felix hat wieder. Ja, willkommen. Hol dein Stick. Ich hole meinen Stock. Habe ich. Also. Ich habe gerade nicht zu Stress aufgerufen. Das ist so die Frage, wo ist ein Amboss? Ja, fantastisch. So, hier ist keiner. Hier sind Ambosse. Ich kann sie aber nicht. Ich habe zwei Augen. Ich sehe ich nichts sehen. Tja. Tja. Oder. Es liegt daran. Vielleicht mache ich es aus, weil du gekocht. An der Cover. Ja, okay. Ich habe nicht die Liste auf. Das kann gut sein. Ich habe nicht die Liste auf. Ich habe das Creator Dashboard nicht auf. Das könnte gut sein. Beziehungsweise die Mod Ansicht. Ja, jetzt kann er sich nur rausreden, ohne dass ich was dagegen sagen kann. So ein Mist. Ich suche einen gewissen Herrn Schweiß. Vorname Axel. Ist hier jemand, der... Hört mal alle zu. Ist hier jemand, der Axel Schweiß heißt? Axel Schweiß. Ist hier jemand, der Axel Schweiß heißt? Oder Amanda, der mich knurrt. Ist echt schlimm. Ich muss kurz die LEDs anmachen. Taddy hat wieder heil gemacht. Taddy hat wieder heil gemacht. Teddy muss noch kurz und da einen Tisch kriechen, um die Bridge anzumachen. Teddy hat die Lichter wieder ganz gemacht. Jetzt ist er auch heller. So wenig Content wie ich für... Oh mein Gott hier. Ich kriege hier noch einen Infarkt. OMG. Das muss jemand klippen. Bitte klipp das jemand. Schade. Was für schade, du Hund. Auch wenn er nicht brennt. Einfach aus Prinzip. Naja, jetzt geh doch rein. Ach, der kann sogar nicht mal raus. Perfekt. Mia ist hier. Ich wusste sowas von. Ne, ist immer das gleiche. Toni. Mia. Hey, hey, hey. Jetzt hingehen, 100 Dollar donated. Ein Fehler ist aufgenommen. Perfekt. Ja, okay. Das geht ja zum Beispiel. Hä? Nein. Ich perle mir jetzt die ganze Zeit selber alles hin und her. Ich habe das Add-on kaputt gemacht. Halt, stopp. Nein, 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 nein. Moment. Nein, Moment mal. Ich habe es kaputt gemacht. Aber Teddy hat es wieder repariert. Der Akkuschrauber regelt. Oh, mir. Ich habe den Job. Oh, und wie viel verdienst du so? Guck mal hier. Das ist genau das Wunschgehalt. Und dann kommt so eine Anzeige von, was weiß ich, wie viel. Auf jeden Fall ist das unter 100.000. Bedeutet, das Wunschgehalt ist es nicht. Weil wer verdient schon gerne unter 100.000 im Monat, ne? Los, Fastbridge. Moment hier. Das ist eine gute, lange Wirt. Moment, ich fülle gleich die Blöcke auf. So. Ah, geht sogar schneller als mit Yeezy. So ein ganzer Zurückwagen hier. Wo ich da eben noch die Blöcke aufgefüllt habe. Kann sogar nebenbei noch Streamchat lesen. Ah, ach, karam. Aber wir haben es fast nach ganz hinten geschafft. Also diese Wolkenkonstellation, die sieht ja auch lustig aus, ne? Das ist Deutschland. Das sieht ja auch sehr interessant aus, muss ich sagen. Wurde mal sch... Oh Gott, oh Gott. Ach nee, das ist heute. Ich dachte gerade... Hallo. Also das ist heute.